Neulich in Aventurien Ein DSA-Fan-Podcast Folge 20 Konzeptgruppen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Heute mit mir als Moderation, ich nenne mich natürlich als erstes, ich bin Atta und ich bin mal wieder hier zu hören. Und bei mir sind Mischka. Ein Gude zusammen. Und die liebe Juli. Juhu. Und wir sprechen heute über das Thema Alle für einen, Einer für alle. Konzeptgruppen in Aventurien und im DSA-Universum. Und was man mit Konzeptgruppen so machen kann und wann man vielleicht davon absehen sollte. Und da wäre mein erster Gedanke, habt ihr schon mal eine Konzeptgruppe gespielt? Also eine Gruppe, die... Beziehungsweise vielleicht erstmal mal die Frage, was ist eine Konzeptgruppe? Kann das einer von euch gut zusammenfassen? Ne, erzähl mal. Also eine Gruppe, die nach einem Konzept gemacht wird oder die Gruppe, die für ein Konzept... Wo willst du jetzt damit hin? Ja, das ist... Oft ist es beides. Aber im Endeffekt ist die Konzeptgruppe meistens gemeint, dass man eine Gruppe baut, die quasi von vornherein einen gemeinsamen Hintergrund teilt. Also aus irgendeinem Grund schon zusammenhängend zusammenreißt und nicht nur quasi in einen Plot gestützt, das von der Spielleitung festgesetzt wird, weil es gerade zum Beispiel in One-Shot wichtig ist, dass man jetzt keine lange Einleitung spielt, sondern die aus einem gemeinsamen Hintergrund kommt, die entweder zum Beispiel aus derselben Herkunft kommen oder denselben Arbeitgeber haben. Im Endeffekt sind da unterschiedliche Varianten, aber im Endeffekt ist eine Konzeptgruppe eine Gruppe, die bereits eine gemeinsame Vorgeschichte hat, bevor der Plot, den man dann in der Gruppe spielt, beginnt. Man denke an fünf Freunde, TKKG. Alles Konzeptgruppen. Eil und den Chipmang. In gewissen Sinne schon. Nicht in Aventurien, Gunbeking, aber ... Ja, und die sind ja auch in der ersten Folge direkt eingestiegen in eine bestehende Freundschaft. Also man hat ja quasi nicht die Heranführung der Charaktere kennengelernt, hoffe ich zumindest, dass bei fünf Freunden auch so war. TKKG kenne ich noch. Ja, genau. Mein Freund war ein bisschen vor meiner Zeit. Aber auch da steigt man direkt in die erste Abenteuergeschichte und erfährt vielleicht so den Hintergrund erst mit der Zeit so ein bisschen mit von der ganzen Gruppe. Zur Konzeptgruppe würde ich aber auch tatsächlich zählen, eine Gruppe, die nicht unbedingt einen sehr langen Hintergrund mit sich bringt, aber die für dieses Abenteuer speziell gemeinsam erstellt wird sozusagen mit gemeinsamen Hintergrundspezifikationen, dass man nicht zum Beispiel jetzt auf einmal fünf Magier hat oder doch gerade fünf Magier hat als Konzept. Ja, wobei ich glaube, da wird das ein bisschen schwammig, weil ich glaube, die meisten Gruppen stimmen sich vorher schon so ein bisschen ab, was man so spielen möchte, aber man geht da oft nicht so ins Detail. Und eine Konzeptgruppe ist für mich schon diese Absprache so, okay, mein Charakter ist das und das, das stellt er dar. Und ganz oft ist es so, dass man tatsächlich auch eine gemeinsame Hintergrundgeschichte ausweist. Also ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist die Gruppe, mit der wir in die Theaterrätterkampagne eingestiegen sind, bei Judy auf dem Channel, wo wir einen Ritter mit Gefolge gespielt haben. Das heißt, wir hatten einen Ritter, einen Knappen, die Tochter des Falkners, die quasi als die Wildniskunige mitgereist ist, und eine Dienerin mit gewissen zwielichtigen Fertigkeiten und einen Pryos-Geweihten, der quasi als seelischer Beistand mitgereist ist, die dann von vornherein quasi einen gemeinsamen Hintergrund hatten. Der Pryos-Geweiht war der Einzige, der eher dazugestoßen ist, aber der hat zum Beispiel schon eine gemeinsame Hintergrundgeschichte mit der Diebin abgestimmt, sodass die Gruppe einen klaren Bezug hatte und direkt von Anfang an quasi mit einsteigen konnte, ohne langes Kennenlernen, sondern die Charaktere kannten sich schon, die waren schon miteinander vertraut und man hat quasi von vornherein einen Vertrauensvorschuss, den man sich sonst eher spielen müsste, in den meisten Fällen. Aber sie hatten einen langen geschichtlichen Hintergrund mit sich gebracht, weil tatsächlich mehr oder weniger alle zusammen aufgewachsen sind. Und ja, da ist quasi die Baronie, das kleine Dorf, ins Abenteuer gemeinsam aufgebrochen. Also doch die fünf Freunde. Ja, im Endeffekt sind es quasi die jungen Abkömmlinge der Baronie, die gemeinsam ausgezogen sind auf ein Abenteuer, beziehungsweise es wurde dann ein Abenteuer. Und man hat aber gleichzeitig eben eine Gruppe, die sich schon kennt, sodass man dieses typische Kennenlernen der ersten Session quasi komplett übersprungen hat oder umgekehrt, wenn man sich nach dem, wenn man direkt in die Action reinspringt, weil die Gruppe aus irgendeinem Grund am selben Ort ist und dann überfallen wird. Das machen ja viele Spielleitungen inzwischen. So dieses Jump into Action, quasi den ersten Passagen danach, dieses, wenn die Wunden versorgt sind und alle am Lagerfeuer sitzen und sich erholen, dass man dann ins Gespräch kommt, erstmal erklärt, wer sind wir überhaupt, wer bist du, was machst du und warum bist du überhaupt hier. Das war bei der Gruppe nie so nötig. Habt ihr ansonsten schon Erfahrung mit Konzeptgruppen gesammelt? Weil das ist tatsächlich etwas, was ich ganz gerne spiele und schon öfter gemacht habe. Ja, für mich ist es so ein typisches Kon-Thema. Wenn man sagt, okay, man spielt jetzt eine Spielrunde auf einer Kon an, dass man sagt, okay, man hat vorgefertigte Charaktere, die auch irgendwie so ein bisschen Bezug zu sich haben, um den Spielern die Interaktion zu erleichtern. Da kann ich es mir so gut vorstellen. Oder in DSA 4 gab es ja einen Weg der Helden. Ich habe mehrere Seiten wie, na, wie hieß es denn? Wie exotisch darf es denn sein? Also der Klassiker war das Bild von dem Achatz mit dem Wintermantel im Schnee und das kann man ja in DSA sehr, sehr schnell machen. Und das ist halt total ausartet. Und das hat man ja auch in einigen Runden schon dazu für zu sagen, okay, lass mich einfach mal Grundideen für eine Gruppe zusammenstellen und ihr könnt dann noch ein bisschen variieren. Aber nur, wenn ich wusste, es sind halt so Spieler dabei, wo es halt wirklich einfach ausarten wird. Das heißt, bei dir, Bischka, ist es dann doch eher die Begegnung im Gasthaus der Magier, der über die Axt des Zwerges stolpert und dann doch ihm ein Bier ausgeben muss. Und das wird bei mir schon sehr ad hocke Gruppenzusammenführung. Ich bin ja bekannt dafür, so Sachen ewig lang hinzuziehen. Und das mag ich halt auch immer, wenn die Spieler da Lust am Ausspielen haben, dann kann eine Gruppenzusammenführung bei mir gerne mehrere Abende gehen, da habe ich keinen Schmerz mit. Dann fühlen sich für mich... Session 32. Bitte? Session 32. Die eine Hälfte der Gruppe hat die andere Hälfte noch immer nicht kennengelernt. Genau. Dann fühlt sich für mich halt einfach die Gruppe echter an. Ist die gewachsen und nicht so generisch zusammengewürfelt? Ja, ich finde, das merkt man dann im Spiel später auch. Das heißt, das Wachstum der Gruppe siehst du, oder dieses Vorspiel vor dem Abenteuer, das Zusammenwachsen, das Zusammen der Gruppe siehst du schon als Vorteil dafür an, dass man eben keine Konzeptgruppe mit einem gemeinsamen bereits vergangenen Hintergrund hat. Kommt halt darauf an, was man macht. Wenn man jetzt, ich sag mal, einen Haufen Free-to-Play-Abenteuer, also so ein bisschen Stand-up-Krempel macht, dann ist es auf jeden Fall für mich ein voll Vorteil, weil dann kann es auch irgendwo hin entwickeln. Wenn man jetzt eine Kampagne spielt, die schon relativ eng im Scope ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, keine Firnelfen in der Borberat-Kampagne oder so, da macht es schon Sinn zu sagen, okay, lass uns doch mal über ein Konzept nachdenken. Wir haben die und die Begegnungen in der Kampagne oder jetzt die Horrorsreich-Kampagne, wo man einfach zwangsläufig ein bisschen Human-Skill haben muss, also Charisma, Interaktion, Heraldik, da jetzt irgendwie drei Geldskalender reinzuschicken, ist eine schlechte Idee. Das heißt, schon wenn es darum geht, ein bisschen an die Karampagne anzupassen, sehe ich den Sinn schon, ja. Ich glaube, es ist auch mal so eine Frage, die man sich vorstellen sollte, welche Motivation gebe ich meiner Gruppe überhaupt, meinem Plot zu folgen und meinen Ideen zu folgen? Als Spielartner hat man ja meistens schon eine Vorstellung, wo man hin möchte, hat sich auch schon Gedanken gemacht und eine Konzeptgruppe hat halt den Vorteil, dass sie meistens eine wesentlich intrinsischere Motivation haben, zusammenzubleiben, weil die meistens eben aus einem guten Grund zusammen sind und entweder sind das, also um vielleicht ein paar andere Beispiele für Konzeptgründen zu nennen, neben dem Ritter mit seiner Gefolgschaft, wäre es zum Beispiel, wir haben schon mal eine reine Zwergengruppe gespielt, die dementsprechend auch ein sehr zwergisches Abenteuer erlebt hat, wo es sehr viel um den Zwergenhintergrund ging. Und ich habe schon mal einen One-Shot gespielt mit einer Gruppe aus Agenten der DBA, das ist quasi das horasische Äquivalenz zur KGA, also zum Geheimdienst, die dann eben auf Befehl gehandelt haben und dadurch quasi sich automatisch vertrauen mussten, weil sie alle zur selben Organisation gehören, das heißt, sie haben einen Grund, einander zu vertrauen, zusammenzuarbeiten. Und gerade wenn man so einen Plot spielt, in dem es zum Beispiel auch viel um Intrigen, um Lügen, um Falschheit und Verrat geht, und gerade zum Beispiel, wenn man NSCs hat, die die Gruppe auch verraten, dann ist es mit einer Gruppe, die zusammengewürfelt ist, natürlich muss man gucken, je nach Gruppe kann es dazu führen, dass die Gruppe sich gegenseitig misstraut und das kann auch ganz schnell Sprengstoffe für eine Gruppe, was in der Konzeptgruppe zumindest unwahrscheinlich ist, weil die sich entweder lange kennen und Grund haben, sich zu vertrauen oder aus anderen Gründen zusammenhängen. Aber ja, es kann natürlich umgekehrt dazu führen, dass eine Konzeptgruppe, dass man mit der, also wenn man einen Charakter selber spielt, kann man den Hintergrund flexibler gestalten im Spiel und auch mal anpassen und sein Spielgefühl anpassen. In der Konzeptgruppe muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man sich auf das, was man sich geeinigt hat, auch irgendwie einhält und beibehält, weil man sonst dahin kommt, dass da eventuelle Konflikte daraus entstehen, dass jemand spontan eine Sache im Hintergrund festlegt, die ja plötzlich nicht nur einen, sondern vier Charakter betrifft. Und jemand anderes kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Also sei es jetzt zum Beispiel, wenn es zum Beispiel umgeht, der Burg, aus der alle stammen, ist der nett oder ist das ein ziemlich herrischer und grausamer Herrscher gewesen? Das kann einen Riesenunterschied für die Charaktere machen. Da muss man sich natürlich vorher Gedanken machen. Wenn es spontan aufkommt, müssen dann alle bereit sein mitzuziehen mit dem Ersten, der es festlegt. Oder der Ersten. Also was ich aus Spielleiter-Sicht sehr schön an einer Konzeptgruppe finde, ist, ich muss nicht am Anfang eben diese Anstrengungen betreiben, um ins Abenteuer zu ziehen. Es reicht sozusagen. Also wenn die Gruppe zusammenhält, dann habe ich die Gruppe im Abenteuer. Das heißt, ich habe nicht diesen individuellen Ausfall. Ach ja, aber ich ziehe jetzt doch nicht mit oder ich mache jetzt doch was anderes. Weil allein dieser Gruppenzusammenhalt oder diese Gruppendynamik oder der Gruppendruck, sage ich mal, der Konzeptgruppe, die Gruppe eben dazu bringen wird, zusammen zu agieren. Das kann aber wiederum natürlich, aber auch durchaus, also für Spieler, der hat natürlich auch eben der Spaß daran sein, die Gruppe dahin zu bringen, jeden individuellen Charakter irgendwie in dieses Abenteuer mit reinzuziehen. Und dann erst diese erlebte Verwebung der Gruppe zu erleben, kann natürlich auch sehr intensiv sein. Aber wenn man natürlich jetzt noch nicht, vielleicht noch nicht viel miteinander gespielt hat oder so, finde ich es gerade zu Anfang, dass dann eine Gruppe sich schon vorab ein bisschen abspricht und einigt und dieser Zusammenhalt sozusagen festgesetzt wird durch eben die gemeinsame Vorgeschichte, finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Weil man dann auch ein bisschen anders agiert und spielt, als wenn man tatsächlich so vielleicht eine Heldengruppe hat, wo jedes Individuum sich so ein bisschen selber profilieren möchte. Ich glaube auch, gerade für One-Shots ist es besonders gut geeignet. Ich glaube, auch da kommt es ganz oft, viele One-Shots setzen das auch oft schon voraus, dass die Gruppe, man ist es quasi eine Konzeptgruppe, ohne so zu bezeichnen. Weil gerade was mir in den Kopf kam, ist auch eine klassische Variante, wenn man eine softe Konzeptgruppe ist, eure Charaktere haben denselben Freund. Eine Person, die sie zusammenbringt und die quasi auch für diesen Vertrauensvorschuss sorgt, der quasi die Grundlage von Konzeptgruppen ist und die große Stärke von Konzeptgruppen. Und das ist ja gerade für One-Shots oft eine Möglichkeit eben, dass man sagt, ja, ihr wurdet alle von eurem alten Freund, einem alten Magus in seinem Turm gerufen oder von einer Adligen oder was auch immer, weil er oder sie Hilfe braucht oder Unterstützung oder es vielleicht auch eine Feierlichkeit gibt, von der man dann quasi in den Plot einsteigt. Aber eben auch schon dieses Kennenlernen, was auch sehr schön sein kann, gerade so dieser Moment, wenn ein Charakter das erste Mal sein Geheimnis teilt oder sich öffnet den anderen Charakteren, ein bisschen vorweg nimmt und dafür sorgt, dass die Charaktere einfach von Grund auf einander zugetan sind und man nicht in die Zwangslage kommt, dass man das quasi OT begründen muss, weil man OT halt weiß, ich muss mit den anderen Charakteren zusammen spielen und nicht mit den NSCs, auch wenn mein Charakter sich eigentlich so fühlen würde, als würde er sich auf die Seite NSCs stellen und gegen die anderen drei Gruppenmitglieder. Gerade wenn man sehr gegensätzliche Charaktere hat, eben der Prajos, Geweihte und die Dieben in einer Gruppe, da ist es natürlich hilfreich, wenn die beiden eine gemeinsame Vorgeschichte haben und quasi einen Grund haben, zusammenzubleiben, obwohl sie so widersprüchliche Einstellungen erfolgen. Das ist für mich persönlich aber ein viel besseren Bondinggrund in so einer Gruppe, wenn du jetzt sagst, wir haben einen gemeinsamen Freund, also einen Mensch, an dem uns was liegt, als wir haben alle gemeinsam oder per Zufall unabhängig voneinander die Heldenausschreibung im Wirtshaus gesehen und wollen einfach nur für die Corona den Job machen und deswegen sind wir jetzt in einer Gruppe, ist für mich halt eine sehr, sehr schwache Bindung, die halt nicht so viele Gegensätze, wie jetzt zum Beispiel bei dem Dieb und dem Prajosgeweihten, erklärt oder auch auf lange Zeit toleriert, für mich in der gruppenlogischen Adhesion, als zu sagen, ja, es ist ein gemeinsamer Freund von euch, ja klar, machen wir viel mehr durch, um unserem Freund zu helfen, gerade wenn der uns schon mal irgendwie geholfen hat. Oder, was auch noch, noch eine starke Bindung, nicht der gemeinsame Freund, sondern die gemeinsame Gefahr, ihr kämpft gerade um euer Leben. Auch ein sehr schöner Einstieg. Und wenn ihr euch hier jetzt nicht gemeinsam rauskämpft, dann versagt die ganze Gruppe und dann steppt jeder von euch. Guter Einstieg, aber halt nur eine sehr kurzfristige Bindung. Es sei denn jetzt, die Diebin hat den Prajoten das Leben gerettet und er hat eine Lebensschuld. Dann wieder ein anderes Ding. Aber das ist oft schwer zu planen als Spielleitung. Ja. Wenn man das nicht als Telling in die Einleitung reinschreibt, dass es quasi entsprechende Szenen gab, um das quasi zu erzwingen. Wobei ich, glaube ich, da schon wieder nicht mehr von der Konzeptgruppe sprechen würde mit der gemeinsamen Gefahr. Das ist so ein typischer Einstieg, glaube ich. Aber die Konzeptgruppe definiert sich für mich mehr darüber, dass man halt vorher schon Sachen im Hintergrund vorlegt. Auch ein klassisches Beispiel für ... Man muss auch nicht mehr eine volle Konzeptgruppe spielen. Man kann auch sagen, es können sich auch einzelne Teile der Gruppe quasi in eine Art kleiner Konzeptgruppe zusammensetzen. Was auch ein Beispiel sein könnte, sind Geschwister. Wenn man sich mit einem anderen Spieler und einer anderen Spielerin zusammentut und Geschwister spielt, ist das eine Art Mini-Konzeptgruppe in einer größeren Gruppe wahrscheinlich. Weil auch diese Charakteren gemeinsam im Hintergrund pflegen und ein Grundlage an Vertrauen haben wahrscheinlich. Hoffentlich. Die meisten Geschwister erhalten hoffentlich zusammen. Und auch darauf kann man zum Beispiel aufbauen. Ich glaube, da werden uns jetzt einige Geschwister vielleicht widersprechen und sagen, um Gottes Willen, mit meinem Bruder oder meiner Schwester. Ja, stets, wenn die Gefahr von außen kommt, ist hoffentlich das klassische Prinzip. Aber tatsächlich soll es jetzt um die Konzeptgruppe, die eben gemeinsam gerne zusammen handelt und agiert und keinen zerstrittenen Hintergrund hat. Das wäre, glaube ich, die Anti-Konzeptgruppe oder so. Wo man bei Konzeptgruppen auch immer drauf aufpassen muss, ist gerade, wenn man eine Konzeptgruppe nicht über eine Herkunft zum Beispiel definiert, sondern wenn man zum Beispiel eben eine speziestypische Konzeptgruppe macht. Also wir sagen, wir spielen eine reine Zwergengruppe oder wir spielen eine reine Elfengruppe oder eben die Gruppe aus, also was ja auch eine Option sein kann, zum Beispiel eine Gruppe aus Gardisten zu spielen, Gardistin, und dann quasi von da aus anzufangen. Da muss man natürlich immer darauf achten und sich noch besser abstimmen, dass die Überschneidungen nicht zu stark werden, weil es natürlich affin dafür ist, wenn Charakteren einen ähnlichen Hintergrund haben, dass sie ähnliche Fähigkeiten, ähnliche Stärken und Schwächen mit sich bringen, die sie als Erfahrung in ihrem Leben gesammelt haben. Während eine Gruppe, die wild zusammengewürfelt ist, die vorher sich zumindest mal über die Rollen abgesprochen hat, also hier, ich spiele einen Gildenmagier, ich spiele eine Kriegerin und ich spiele einen Waldläufer, da wahrscheinlich weniger Gefahr einläuft. Umgekehrt, wenn eine Gruppe sich gar nicht abstimmt, kann es natürlich passieren, dass man wirklich mit fünf Magiern am Tisch sitzt. Und das kann für die Spielleitung sehr herausfordernd sein, wenn die beim Abenteuerbau nicht darauf geachtet hat, welche Charaktere ihnen da eingereicht werden oder sie eventuell gar nicht wusste. Da kann manch eine Gruppe schon vor eine Wand fahren, bevor man überhaupt angefangen hat zu spielen. Oh, da würde ich aber sowieso... In DSA würde ich ohnehin jedem Spielleiter davon abraten, Charaktere einfach so blindlings... Also, wenn man das Abenteuer anfängt, erst zu erfahren, welche Charaktere da kommen. Denn das kann, glaube ich, in DSA ganz schön... Habe ich schon nie gemacht. Nicht nur eine Herausforderung, sondern unmöglich sein, oder? Oder, Mischka, hast du da andere Erfahrungen? Habe ich schon nie gemacht. Kann das sein. Geht gar nicht. Natürlich kommt es auch darauf an, wenn du mit Leuten spielst, denen du einfach vertraust, wo du weißt, die machen keine Mörder-Hobos. Also, ich habe natürlich auch schon Charaktere vorgelegt bekommen. Mein persönlicher Liebling war der... Hier... Wie heißt es denn? Westküste. Holzfäller-Magie-Dilettant mit einer barbaren Streitachs und einem Feen-Pakt, dass er irgendwie im X-Fall wiederbelebt werden kann. Da frag ich einfach, was erwartest du für ein Spiel von mir? Wir sitzen in der Kneipe und würfen und erzählen ein bisschen. Du wirst das nicht brauchen können. Aber mach mal, wenn dich das beruhigt. Also, da bin ich relativ rigoros, wenn ich so Charaktere vorgesetzt bekomme. Die werden ganz schön in ihre Grenzen ausgetestet. Dafür gibt es Aventurien genug her. Ich bin aber im Kopf immer noch bei der Gruppe von Gardisten, beziehungsweise Stadtmitteln, die Atta eben erwähnt hat. Was wäre der Plot? Wir müssen am effektivsten übersehen, was wirklich in der Stadt vorgeht? Oder so a la Terry Pratchett? Wie sind die Stadt? Also, dass das gerade von dir kommt, weil ich meine, ich erinnere mich an die Folge, die wir schon gemacht haben zu den nicht klassischen Heldenrollen, wo du mir erzählst, was man für Handwerker-Plots schreiben kann. Da müsste so ein Büttel-Plot hier doch einfach leicht von der Hand gehen. Aber ich glaube, es gibt dann, man kann ja durchaus mit einer, dann ist es eine, dann kommen die vier Büttel, die eigentlich nur dafür da sind, nachts über die Straße zu patrouillieren, damit niemand, keine Ahnung, dem Nachbarn in der Kneipe eins aufs Maul haut. Und plötzlich hinter die große Intrige, die den Baronen oder den Grafen oder den Bürgermeister stürzen soll. Ich glaube, da kann man durchaus was Spannendes draus stricken. Klar, ich glaube, es gibt kaum Kaufabenteuer, was sagt, ihr geht mit vier Bütteln da rein. Das wird super. Aber wenn die Spielleitung sich darauf einlässt und man von vornherein dieses Abenteuer abstimmt und diese Konzeptgruppe abstimmt, kann das für die Spielleitung tatsächlich auch sein, wenn die einen Plotter für den Kopf hat, das ist total cool. Also meistens ist es ja auch, also oft ist es so, dass es eigentlich von der Spielleitung ausgeht, die sagt, hey, für diese Runde alle Charaktere sollten entweder diesen Zusammenhang haben oder mit diesem Konzept da reingehen, wenn man ganz speziellen Plot im Auge hat, der sich sehr gut darauf aufbaut, eben für eine Gruppe, die aus dem Militär geboren ist oder für eine Gruppe aus einem Geheimdienst. Was ist denn mit den vier Gardisten, die auf einen Dieb aufmerksam gehalten werden, aus dem zwei, dann drei, dann vier werden, alle vier auseinandergezogen werden, wo jeder dann auch noch selber glänzen kann und am Ende dann auch noch den Plot aufdecken, dass das eigentlich ein Mordkomplot am König war. Geht auf jeden Fall. Der Witz eben vorbeigegang, dass Stadtgardisten sonst immer in allen Plots so die Hohlbacken sind, die nix raffen, deswegen braucht man die Helden. Deswegen, wenn man jetzt eine Gruppe aus diesen Hohlbacken hätte. Aber ja, äh, ja. Und dann wird das vielleicht eher ein Comedy-Plot. Ich würde sagen, kann man einen Comedy-Plot rausschreiben, ähm, wenn die Gruppe Bock drauf hat und sagen, ja, okay, wir spielen wirklich die alltäglichen Irrungen und Wirrungen der, äh, vier Doofs, äh, ohne Dick, ähm, die eben ihre, ihre Anti-Abenteuer in einer Stadt erleben. Also Anti-Abenteuer im Sinne von, dass es nicht klassische Abenteuer sind, sondern halt eher, äh, das Scheitern der Helden, das Ziel des Heldinnen. Wobei auch Heldinnen und Held dann wahrscheinlich nicht die Präckte zu bezeichnen. Ja, ein, ein lustiger Trink- und Würfelabend in der Taverne während des Dienstes, hä? Genau, und auf einmal geschieht da wirklich das große Wilde. Das wäre wieder so was, ahnungslose, äh, Aushilfscharakter, die auf einmal in den wilden Plot reinkommen. Da wäre ich schon bei. Oder sowas wie, also man könnte ja quasi auch, auch quasi so einen Cthulhu-Eden-Plot einbauen. Oder halt dann im eventurischen Hintergrund halt mit, mit, äh, Dämonen, Niederhöllen hantieren, wo dann plötzlich vier stinknormale Gardisten plötzlich reinstolpern. Und quasi eben dieses, dieses Reinstolpern, diese Überforderung mit dem Kontext, diese, dieses komplette, diesen kompletten Kontrast zu ihrer Lebenswelt, ähm, als Thema nehmen. Und dennoch würde ich an, dennoch würde ich an der Stelle der Konzeptgruppe empfehlen, dass jeder dieser Charaktere, ähm, unterschiedliche Fähigkeiten besitzt. So sehr sie alle vier Gardisten sind und zusammen jeden Tag Wache schieben müssen und vielleicht einfach doof sind, ähm, so sollte jeder trotzdem seine, irgendwie anderen Fähigkeiten haben, in der er glänzen könnte. Denn wenn ich vier gleiche Charaktere, vier gleiche Gardisten habe, dann muss ich ja schon, also, puh, dann muss im Abenteuer auf jeden Fall dann sowas feststehen wie, das könnt ihr nur, wenn ihr viermal auf ihn eingestochen habt oder so besiegen. Weil, also nur wenn alle vier getroffen haben oder ähnliches. Denn ansonsten kann es ja schnell passieren, dass ein Charakter dann mit seinen Fähigkeiten glänzt und die anderen drei einfach überflüssig werden, weil sie ja eigentlich, ja, der zieht halt auch noch seinen 1W3 durch und der zieht auch noch seinen 1W3 durch und der vierte, was machst du? Ja, auch den durchziehen. Ja, wofür? Der ist doch schon tot. Also, ähm. Und vor allem belegt es der Gruppe und der Spielleitung viele Hindernisse auf, die man dann beachten muss, weil man ganz viele klassische Herausforderungen gar nicht thematisieren kann, weil die Fähigkeiten in der Gruppe fehlen, wenn die meisten Gruppen halt doch zumindest die Grundthemen grob abdecken. Also man hat eigentlich immer irgendeinen Charakter, der der Wildnisleben halbwegs drauf hat und wenn nicht, dann weiß man das, dann ist es zumindest eine Schwäche, während eine Gruppe mit vier sehr ähnlichen Charakteren natürlich viele, viele Schwächen hat und eine gemeinsame Stärke, die dann schwer ist, in den Vordergrund zu rücken. Also auch da müsste man dann als Spielleitung sehr auf achten. Oder es artet zu einer Wirdenorgie aus, wo man den Blob in den Kanälen irgendwie nur besiegen kann, indem vier Lanzen des Gardisten auf ihn eingestochen werden und zwar gleichzeitig, die getroffen haben mit Mindestschaden pro Lanze acht oder so. Keine Hardlob. Ja, ich glaube, das wird dann schon sehr, sehr abstrakt, das zu bauen. Ja, aber wie sollen denn sonst alle vier glänzen können bei sowas? Wird schwierig, wenn alle gleich sind? Um mal ein Beispiel der Gardistens. Wir bleiben zwar in einer Gruppe, die mit dem Konzept ist, das ist halt die Stadtgarde. In vielen Konzeptgruppen stößt man sich auf eine weitere Herausforderung, die kann sehr spannend sein, aber die kann auch zu Problemen führen, nämlich die Frage von Autoritätsgefällen, die sich in der Gruppe ergeben. Das haben wir auch in Gruppen, die wild zusammengewürfelt sind. Also natürlich, wenn ich einen Charakter mit DSA-5-Regeln Adel 3 habe, der hochadlich ist, dann habe ich automatisch ein starkes, Machtgefälle. Aber in der Konzeptgruppe ist das oft noch viel festgelegter. Gerade wenn ein Ritter mit seinem Gefolge, der Ritter ist verantwortlich, der Ritter hat rechtlich Verantwortung für die, gerade wenn es noch was Leib-Eigene sind oder wenn wir in den Tholamiden-Raum gehen, eventuell sogar Sklaven, Sklavin, dann hat man automatisch ein Machtgefälle und da muss man sich vorher, sollte man sich vorher zumindest mal besprechen, wie man damit umgeht. Weil das kann dazu führen, dass im Endeffekt ein Spieler, eine Spielerin, ihre Agenda durchkloppen kann, weil die anderen eigentlich nicht, sie können widersprechen, aber sie müssen eigentlich folgen. Oder, also ich glaube, man kann dafür gute Lösungen finden, aber muss da vorher in der Gruppe muss Klarheit sein, wie man damit umgeht, wie stark ist dieses Autoritätsgefälle, auch faktisch in der Gruppe. Weil es kann ja durchaus ein Ritter geben, der zwar nach außen hin die Gruppe repräsentiert als der Ritter, aber eben weiß, okay, ich bin vielleicht selbst gar nicht mal so klug und deswegen höre ich auf den Gelehrten, der mich begleitet oder ich weiß halt, welche Fähigkeiten ich habe und ich weiß, wann ich darauf vertrauen muss, dass unsere Dienerin mit diebischen Fähigkeiten mal da einsteigt, nach dem Rechten sieht und ich gucke halt darüber hinweg, auch wenn das eigentlich gegen meine Prinzipien läuft und beichte dafür, dann ausführlich in der nächsten Tempel. Oder derlei Dinge. Also dass man, das soll man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass Konzeptgruppen ganz oft zu so Autoritätsgefällen führen können und man sich vorüberlegen muss, wie man die auflöst, damit es gleicht, dass sich das nicht auf die OT-Ebene quasi überträgt und die Entscheidungen der Gruppe am Ende von einer Person getroffen werden und die anderen so ein bisschen untergehen in der Entscheidungsfindung. Aber ich glaube, das kann man in DSA, je nachdem, wie man die Konzeptgruppe anlegt, doch durchaus irgendwie vertreten. Ich meine, natürlich wird es schwierig, wenn man jetzt in einem Dorfleben oder in einem Burgenleben bestimmte Hierarchien nachspielt oder ausspielt. Aber sobald man als Meister die Gruppe irgendwo in einem Abenteuer irgendwo in einer Fremde hat, sollte man, glaube ich, jedem Charakter, der dann da ist, eben die Freiheit lassen, gleichberechtigt zu reden und zu handeln. Beziehungsweise vielleicht sollte man sich auch darüber einig sein, dass es dann eben im Rahmen der Konzeptgruppe doch Möglichkeiten geben muss. Also sonst kann man ja gleich ein Solospiel mit vier Handlangen betreiben. Ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, man kann auch aus einer quasi auch aus einer IT-benutzten Autorität spannende Szenen spielen, aber müssen alle von vornherein sagen, ja, wir haben Lust darauf. Sodass man halt so einen leichten Gruppenkonflikt hat eben von dem Ritter, der seine Entscheidung trifft. Aber alle sind sich OT bewusst, dass der Rest der Gruppe die Entscheidung halt hinnimmt und dann halt hinterm Rücken des Ritters noch was anderes ab. Ja gut, wenn man Spieler da hat, dass einer immer sagt, wir gehen nach rechts und alle sagen, ja, 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 wie die Lemminge. Also, weiß ich nicht, vielleicht. Ja, eben aber quasi, dass die sagen, ja, wir gehen nach rechts und dann lenkt, keine Ahnung, der Knappe den Ritter ab, weil er dringend einen Schaden an der Rüstung entdeckt hat, der dringend geflickt werden muss und währenddessen guckt der Rest der Gruppe mal erstmal links vorbei, ob da irgendwas Relevantes ist. Aber dass halt allen OT bewusst ist, dass so gespielt wird, damit eben auch die anderen Charaktere ihre Screentime bekommen und ihre Entscheidung treffen können. Auch das ist möglich. Ich glaube, das muss man nur vorher abstimmen. Also, ich glaube, allgemein eine Konzeptgruppe braucht mehr Vorlaufzeit, weil das ist nämlich was, was mir vorhin schon eingefallen ist. Ich glaube, in der Spielpraxis hat man als Spielleitung ganz oft schon zumindest einen Teil des Plots stehen, bevor die Gruppe steht. Weil in der Regel denke ich mir nicht, oh, ich habe ja Lust auf eine Runde. Ich frage diese drei Leute, dann erfahre ich, was die spielen und dann schreibe ich einen Plot für die Charaktere. Sondern meistens habe ich die Idee, ah, okay, das möchte ich spielen. Dann frage ich drei Leute, mit denen ich spielen möchte. Gebe denen vielleicht noch ein paar Hinweise. Dann, ich spinne weiter an meiner Idee, mache meine Notizen, plane einen Plot, plane die ersten NSCs und so weiter und mache dann quasi, wenn ich die Charaktere bekomme, am Ende noch so ein Fine-Tuning. Passe noch ein paar Details an, baue vielleicht noch so eine Neben-Plotline ein oder so ein Twist, der sehr gut zu diesen Charakteren passt. Aber ich habe ja ganz selten, dass ich von ganz von vornherein weiß, mit welchen Charakteren ich spiele und dann die komplette Kampagne um diese Charaktere spinne. Wenn ich nicht sage, von vornherein sage, ich gehe in eine reine Sandbox-Welt hier. Wir spielen, das ist der Ort, an dem wir spielen. Wir fangen da jetzt an und ich entscheide jede Runde spontan, wo es jetzt, ihr entscheidet spontan, wo es hingeht und ich mache daraus spontan etwas. Das kann man natürlich machen, aber ich glaube, die wenigsten Spielleitungen gehen so in neue Runden. Hm, Mischka? Ich glaube, da widersprichst du, oder? Ganz vehement. Ja. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Also diese geschlossenen Sandbox-Dinger, in denen man so abgestimmte Runden braucht, wäre jetzt was für Cthulhu, ja, bin ich mit dabei. Aber ansonsten bin ich halt wirklich, ja, der das genauer, der es rummacht. Das heißt, wie machst du es genau? Das ist immer das, was ich keinem erklären kann. Ich sage immer, mach, worauf ihr Bock habt und dann gucke ich, was für Leute zusammenkommen. Das erste Thema, wie wir die reden, aha, die kommen zusammen, jetzt warum auch immer, in der Kneipe, essen zusammen und fangen an über Weizenanbau zu Hause. Ah ja, der Weizenbauer hier, dem ist was vergiftet worden. Die haben also deswegen eine Relation zu dem Weizen, was auch immer. Ich suche immer ein Thema, was die Spieler gerade besprechen und mache das zum Plot. Also Memo, das erste Gespräch, wenn man so ein Mischka fährt, sollte man sehr überlegt auswählen, wenn man über irgendwas random spricht, kann man plötzlich eine Kampagne feststecken, die drei Jahre lang nur um dieses Thema geht und dann stellt sich heraus, alle wollten das nicht, das war bloß gerade das Smalltalk-Thema. Könnte passieren. Aber ja, ich glaube, es gibt es durchaus, man kann auch so spielen, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber ich glaube, es gibt, also das wäre jetzt meine Wahrnehmung, auch das Gespräch mit Leuten, ist, dass weniger Spielleitungen so wie Mischka spielen und mehr Spielleitungen dann vornherein eine Idee im Kopf haben und gerade wenn es an Kaufabenteuer geht, ist es ja auch meistens so, dann entscheidet man sich auch vorher, welches Kaufabenteuer man spielen möchte und fragt nicht die SpielerInnen, was sie spielen wollen und sucht dann ein passendes Kaufabenteuer zu den Charakteren auf. Und wenn, geht dann eher die Frage in Richtung so, was für eine Richtung stellst du dir vor für Charaktere und dann sagt halt jemand, oh ja, ich hätte Bock auf einen Magier und dann überlegt man halt, okay, welche dieser Kampagneplots funktionieren gar nicht mit einem Magier und welche funktionieren gut. Ich habe da ein gutes Gegenbeispiel. Was das angeht, ist es glaube ich aber auch ein sehr, also ich sage mal, für einen Anfängerspieleleiter wahrscheinlich eine ziemlich große Herausforderung, so spontan. Das kommt drauf an, wenn du dich einfach darauf einlässt, dich auf dein Bauchgefühl zu verlassen, einfach was fühlt sich gerade für mich gut an, was fühlt sich für die anderen gut an. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, als kurze Zwischenepisode wollten wir so ein, zwei Abenteuer zwischen Adlerbanner und Schafirs Schwur im Horasreich machen. Da hieß es, naja, die haben Gutshöfe bekommen, alle besuchen dann die Spielerinnen auf dem Gutshof und in so einem Nebensatz sagte dann ein oder anderen Spieler, weil die Spielerin stellte übrigens Schokoladenpralinen her, das ist eine wichtige Info, ich habe da für dich organisiert, dass du für die Kaiserin zu Geburtstag Schokoladenpralinen herstellen darfst, tausend Stück. Dann haben wir 19 Runden lang bespielt, wie sie die Rohstoffe kriegt, wie sie die Beherrhaut, wie sie auf den Geburtstag gehen, die Nachfolgen von dem Geburtstag, das ist ein bisschen ausgeartet, ist aber im Prinzip aus einem Satz entstanden. Ich glaube, das ist ganz stark eine Typsache. Also ich glaube, da muss man, ich glaube, eine große Selbstsicherheit haben, so dieses zu sagen, okay, ich traue mir das zu, mich spontan auf das drauf einzulassen und das durchzuziehen, weil ich glaube, viele vom Wesen her, auch das kann man nicht verallgemeinern, aber viele Leute, die eher unsicher sind im Spiel leiten, sind froh, wenn sie Notizen haben und machen halt lieber eher zu viel Plan und zu viele Notizen als zu wenige, was auch natürlich dann am Ende meistens zu Problemen führt, weil man halt das umgekehrte Problem hat, man hat halt nicht die absolute Sandbox, wo man eventuell sich verläuft, sondern man hat halt zu viele Wände und die Gruppe steckt halt irgendwo fest oder spielt sich fest möglicherweise. Aber, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr merkt schon den Unterschied zwischen den verschiedenen Spielleitungen, aber auch Spielern. Der eine Plothunter und so auch gerne im Abenteuer als Spielleiter voran, der andere lässt sich im Sand treiben. Sandbox, nicht ganz so offen, aber was da gerade kommt und wenn da gerade im Sand ein Hund ankommt, dann ist es der Hund, der jetzt gerade das Abenteuer durchaus die nächsten 20 Sessions ausmachen kann. Also Genuss. Durchaus Unterschiede. Ich glaube, man muss einfach aus seinem Bauchgefühl hören, was man gerne machen möchte, was man gerne als Spieler macht und wo man sich als, auch als Leitung, als ob Spielleitung oder Spieler, ist eigentlich an der Stelle egal, wo man sich wohlfühlt und dann entsprechend mit diesen Leuten zusammensetzt, denn, ganz kurz, und das gehört überhaupt nicht zum Thema. Mein Gefühl ist mittlerweile das sehr starke Plot, Hunter, Spieler und Spielleiter nicht gut auf Dauer mit sehr sich dahintreibenden Menschen, sage ich mal, oder mit Nebenplots verstrickenden, wo die sagen, der Hauptplot interessiert mich nicht, ich bin gerade hier, tut mir leid, mit den Pferden, ja, und der Ponyhof, der muss jetzt funktionieren, auf Dauer wahrscheinlich das nicht gut gehen wird, aber damit wären wir auch trotzdem zurück beim Thema Konzeptgruppe. Es kann also funktionieren, für beide glaube ich, verschiedene Arten von Spielen, Konzeptgruppe, habt ihr denn so coole Konzeptgruppen für Aventurien speziell? Also ich hatte mal eine Runde, die sollte eigentlich eine Zwischen- den Jahresrunde sein, hat sich auch wieder total gezogen, da gab es sowas wie ein Konzept, das Konzept war keine Helden, im Sinne von nicht fette Rüstung, nicht fette Waffen und so weiter, sondern so du und ich Typen, da hatten wir dann einen Wirtshausbesitz, also eine Wirtin, einen Schreiner, eine Tänzerin und einen Schelm, ich habe leider das Abenteuer nicht richtig gelesen, bevor es losging, die haben gegen übermächtige Monstercamp antreten müssen, was soll ich, aber es hat gut funktioniert, wir hatten einen Haufen Spaß, war fester Schatten, wer sich das mal anschauen will und das war eigentlich, wenn man es so sieht, eine Konzeptgruppe, das Konzept war keine krassen Heldenspiele und es ist super aufgegangen, es ist mega fluffig geworden am Anfang, war zu erwarten, ganz klar, aber trotzdem war für mich der Thrill an dieser Gruppe aus diesen Normalos so ein bisschen Heldenspiegelden zu machen, also die helfen wollen und der Gefahr ins Gesicht blicken wollen, überhaupt nicht wissen wie, weil sie haben ja keine Heldenausbildung, keine Magier, keine Kriegerakademie und den Schritt fand ich sehr interessant und ja, das war eine Konzeptgruppe, die gut funktioniert hat, muss ich gestehen. Also ich finde tatsächlich, ich finde tatsächlich auch wenn er, wahrscheinlich, es ist auch, ich glaube, er steht nämlich auch im DSV-IV-Regelwerk, war es eins der Beispiele, ich finde, der Ritter mit Gefolge hat tatsächlich viel Charme, weil es eine Gruppe ist, die einen guten Grund hat, zusammenzubleiben und die gleichzeitig Raum für viele Charaktere gibt, weil der Ritter von allen möglichen und die Ritterin natürlich auch von allen möglichen Leuten begleitet werden kann, die unterschiedliche Rollen einnehmen und wo man dann sehr leicht auf diese Flexibilität der Rollen kommt und man hat gleichzeitig eine Gruppe, die auch, sagen wir mal, vom Wesen her Abenteuer erleben möchte und reist, die nicht lokal gebunden ist. Das kann auch attraktiv sein, aber gerade wenn man Richtung Kaufabenteuer schaut, ist es, glaube ich, immer praktisch, wenn die Gruppe flexibel und mobil ist und sich quasi überall auftauchen kann, weil der Ritter kann halt auch mal wirklich eine weite Reise unternehmen, um sich eben einen Namen zu machen, um Heldentaten zu vollbringen und irgendwann zurückzukehren und einen Lehn aufzunehmen, vielleicht, dass er erbt oder dass er vielleicht verdienen bekommt. Ansonsten finde ich es für One-Shots wirklich charmant, zu sagen, okay, wir spielen eine Konzeptgruppe mit Namen, die einen gemeinsam die Herkunft hat. Also man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, eine Gruppe im Dienst der Praios-Kirche zu spielen. Wenn alle das vorher wissen, ist das, glaube ich, auch wesentlich einfacher vereinbar, als Praios-Geweihte häufig in Gruppen sind, wobei, glaube ich, auch einen schlechten Ruf haben, als es richtig ist. Aber wenn man dann zum Beispiel einen Bandstrahler, kann man einen Sonnenlegionär mitnehmen, einen klassischen Geweihten und dann noch schauen, was sich sonst noch so ergänzen lässt, ob da jemand quasi wirklich, der quasi da für alles drumherum zuständig ist, mitnimmt. Also ich glaube auch so, so sich darüber nachdenken, okay, wir haben einen gemeinsam im Hintergrund, sind vielleicht eine Spezialeinheit im Militär oder eben im Geheimdienst oder sowas. Das kann gerade für One-Shot sehr attraktiv sein, um einfach auch mal bewusst Charaktere zu spielen zu können, die sehr, die quasi auch mal auf einem höheren Grad Erfahrungsgrad starten und sehr gut sind in dem, was sie tun und quasi SpezialistInnen sind und dann kann man das Abenteuer genau auf diese SpezialistInnen zuschreiben, dass deren Stärken genau da zum Tragen kommen. Das ist, glaube ich, sehr schön für One-Shots oder für Few-Shots, also wenn man so zwei, drei Runden spielen möchte, einfach mal in irgendeinem Kontext. In diesem Zusammenhang fallen mir auch solche Konzeptgruppen wie das, da ist der Koch, der erste Mat, der Kapitän und keine Ahnung, der zu befördernde Gast vom Schiff, die dann irgendwie zusammenkommen und ein Abenteuer erleben. Das muss ja nicht gleich auf dem Meer spielen, das kann ja gerade die Herausforderungen sein, eben an Land, aber so mit einem gemeinsamen Hintergrund und eben unterschiedlichen Fähigkeiten. Oder wenn man nach Torwall abschweift, kann man ja auch sehr schöne Gruppierungen von Torwallern, die nicht gerade alle nur Torwallerkrieger sind, sondern da hat man sehr viele Möglichkeiten zu nehmen. Also sobald man eigentlich auch einfach, sag ich mal, auf ein Dorf, auf eine Sippschaft, auf ein Rittertum und das eben in verschiedenen Gegenden von Aventurien blickt, kann man da sehr unterschiedliche Konzeptgruppen nehmen. Aber auch, was durchaus vielleicht spannend wäre, wenn man so ein bisschen in die Magierichtung geht, das muss jetzt nicht der Schwarze und der Weißmagier sein, die da zusammengeführt werden, was durchaus vielleicht aber auch sehr schönes Konfliktpotenzial und Rollenspielmaterial bieten könnte. Aber nehmen wir doch mal den eher theoretisch studierten Magier, der aus seiner Studierstube mit fünf Büchern rauskommt und der auf einer Magiertagung wieder rum mit dem eher praktisch veranlagten Magier, der sich in Tiere verwandeln kann oder weiß weiß ich was, also der eher das Praktische macht, also diese verschiedenen Magia Ausprägungen, also eine Magiergruppe, die sehr vieles abdecken kann, wenn auch in DSA 5 kämpferisch wahrscheinlich schwierig, aber durchaus je nach Abenteuer möglich wäre, ist sicherlich auch ganz spannend, was man speziell in Aventurien ja machen kann. Auch noch eine Gruppe, die ich immer im Kopf habe, ich weiß nicht, ob die wirklich viel länger zaugt, aber was ich immer spannend fände, ist, einen Kult zu spielen, eine Kultgemeinschaft. Man kann das entweder wirklich dann quasi als Schurk in den Charakteren anlegen, also das ist halt wirklich so ein namenloser Kult oder ein dämonischer Kult, aber man kann auch tatsächlich Kulte einfach von, also Kulte spielen, die eventuell in der Region verboten sind oder die in irgendeiner Form halt irgendwelche alten Götter verehren, fremde Götter verehren, deswegen verfolgt werden. Also ein klassisches Beispiel wäre eben der Nominoru-Kult in Havena, könnte ein Beispiel sein, um dann eine Gruppe zu spielen, das kam jetzt auch vor der letzten Folge, die veröffentlicht wurde, also der vorletzte, die ihr bekommen habt, glaube ich, hoffe ich, oder solche Dinge, sich also quasi eine Gruppe auszusuchen, die quasi ein gemeinsames Geheimnis hat, weil auch das kann die natürlich sehr zusammenschweißen und einen guten Grund geben, warum sie zusammenarbeiten, obwohl sie eventuell aus komplett unterschiedlichen Hintergründen stammen. Die Schwunglerbande. Und ich möchte mal diesen Punkt mit einer gemeinsamen Herkunft, ich finde das, das wirkt im ersten Moment, denkt man sich vielleicht, ja gut, aber es ist doch total spannend, verschiedene Kulturen aufeinandertreffen zu lassen, aber ich finde es total spannend, wirklich mal eine Gruppe zu haben, wo man sagt, die ganze Gruppe hat denselben Hintergrund, um eben auch diese Kontraste da zu beleuchten und die dann eben in eine andere Region zu bringen. Eben, das muss ein Nichtmink-Torwaler sein, man kann ja auch überlegen, ja okay, wir haben eine Gemeinschaft von Jalska-Länderinnen und Jalska-Ländern, die Richtung Süden zieht aus irgendeinem Grund. Dann hat man da einen Schamanen, einen Durudun, einen normalen Krieger und einen Jäger oder so etwas. Oder eben auch aus der anderen Richtung eine Gemeinschaft mit, von, von Aventurierinnen, die, oder von, von denen, bin mir gerade nicht mehr sicher, der Begriff der Moha wurde ja jetzt schon abgelegt, ich habe leider mir den Neuner nicht angewöhnt, ähm, die eben dann quasi die andere Richtung bestreiten. Eine Gruppe von Novadis, die die Wüste aus irgendeinem Grund verlässt, weil sie irgendeine wichtige Aufgabe vollziehen und eben diesen, diesen Culture-Clash mit den nicht, mit anderen Kulturen, eben mehr in der Gruppe, die Gruppe mit der Kultur und weniger die Gruppe in sich hat diesen Kultur-Crash, weil ich glaube, jeder kennt die Szene von, klassischerweise, das ist der Elf oder die Elfin, die überhaupt nicht versteht, warum die Menschen sich benehmen wie Menschen und erklären dir das die anderen aus der Gruppe. Aber es ist nochmal ganz spannend, wenn die ganze Gruppe nicht versteht, warum die anderen so einen Quatsch machen. Ähm, und es schafft gleichzeitig Zusammenhalt, weil man ist gemeinsam fremd. Genau, also es ist tatsächlich eine sehr, sehr große, starke soziale Bindung. Ich finde es sogar noch interessanter, wenn die Gruppe irgendwo in der Fremde aufeinandertreffen würde und dann feststellt, hey, wir kommen alle aus Ravena und dann drei davon aus Fischerort und einer aus dem Orkendorf kommt und dann die Fischerorte nochmal ein bisschen mehr Havarianer sind und da so ein bisschen in der Gruppe in Anführungszeichen Dynamit entsteht. Aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr starke Bindung. Also jeder, der schon mal im weiten Ausland war und da in, keine Ahnung, New York jemanden trifft, der Deutsch spricht, was, du kommst auch aus dem Hund zurück. Ja klar, sofort dein bester Kumpel, gehst bitte im Essen, den hab ich noch nie gesehen. Das ist typisch menschlich. Ja, genau. Aus meiner Schulzeit auch, von einer Schulreise, der Zusammenhalt, den man hat, wenn man die Musik hört, auch wenn man der kompletten Fremde ist, weil ich war damals offen erkennbar als Metalhead und dann lief mir in Budapest ein Metalhead entgegen und man hat halt kurz geredet, aber man hat halt sofort ein Verbundenheitsgefühl gehabt. Auch wenn man nichts mehr dazu hat und der Typ könnte der komplette Arsch sein oder auch der beste Mensch aller Zeiten. Also, er hängt ja nicht daran, aber trotzdem gibt es halt diesen Connect. Das ist halt das, was doch durchaus, ich finde es definitiv einen Vorteil, zumindest eine gemeinsame Verbindung hat. Denn das Gegenteil davon, sagen wir mal, der Ahas, der jetzt auf die Nivesen trifft, kann man noch weiter auseinander gehen? Bestimmt. Kann vielleicht im ersten Moment spannend sein, kann aber auch sein, dass es einfach komplett auseinander driftet und durch überhaupt keine Gemeinsamkeit, die man da hat, ja, jeder hat sein Ding, jeder erlebt seine Kultur und man findet nichts Gemeinsames. Warum sollten die gemeinsam handeln? Warum sollten die jetzt gemeinsam etwas unternehmen, wenn sie komplett nichts, ja, keine Verbindung finden? Dann geht doch jeder wieder seiner Kultur nach und macht sein Ding. Genau, da könnte man auch sagen, hey, Neugierde an der anderen Kultur und gemeinsame Neugierde an der Fremde, wo man gerade unterwegs ist, also das finde ich jetzt nicht schwer. Ich glaube, das ist auch das Fazit so der gesamten Folge, jetzt, weil wir näher uns langsam beende, wenn ich auf die Zeit blicke, dass Konzeptgruppen sehr attraktiv sein können und auch ihre Stärken haben, aber man sich, glaube ich, vorher Gedanken machen sollte, ob man das spielen möchte, weil es letztlich auch Nachteile hat, weil man eben gewisse Sachen nicht erspielen kann und sich manche Sachen vielleicht etwas zwungen und festgelegt und abstrakt anfühlen, weil man sie eben nicht erspielt hat, sondern vorausgesetzt hat. Das merkt man, finde ich auch manchmal selbst, wenn man nur einen Charakter baut, dass man manchmal merkt, der Hintergrund, den ich geschrieben habe und wie ich den Charakter spiele, das passt nicht und bei einer Konzeptgruppe ist das quasi noch potenziert, weil es mehrere Charaktere gleichzeitig betrifft. Gibt es denn sonst etwas, was ich jetzt gerade in Zusammenfassung vergessen habe, wo ihr sagen würdet, das sollte man auf jeden Fall beim Thema Konzeptgruppen bedenken und nicht außer Acht lassen? Für mich ist eine Konzeptgruppe kein Freifahrtschein für das muss jetzt laufen, das gilt für mich auch bei der Konzeptgruppe, die gleichen in Anführungszeichen menschlichen Regeln wie bei allen anderen Gruppen nach dem Gruppenspiel sich in die Augen gucken und sagen, Meister, läuft das so, wie du das denkst? Beziehungsweise auch als Meister, habt ihr so Spaß, wie ich mir das gedacht habe, läuft das für euch? Also einfach ein ehrliches Feedback machen und nicht sagen, es geht mit der Gruppe nur so in meiner Kampagne und ihr müsst da jetzt durch mit biegen und brechen. Ein ganz kurzer Punkt, also ich fand, es war zwar keine Konzeptgruppe, aber es ist mega cool gelaufen in unserem Cthulhu-Abenteuer, was Mishka geleitet hat, wo plötzlich ein Charakter, die adoptierte Tochter von dem anderen Charakter wurde und zwar das innerhalb von einem One-Shot zum nächsten. Fand ich übrigens mega cool. Also so können auch Konzeptgruppen sich innerhalb eines Rollenspiels entwickeln und ja, ich glaube, Konzeptgruppe hin und her, ob man sich das vorher überlegt oder ob das im Spiel entsteht, ich finde es schön, wenn eine Flexibilität da ist von allen Seiten, um eben auf diese Entwicklungen, die im Rollenspiel entstehen, die eben nicht festgelegt sind, was eben das Rollenspiel für mich ausmacht, einzugehen und diese nicht wegzuignorieren, sondern dass diese Entwicklungen, die entstehen können, in einem Buch sind sie festgelegt, in einem Rollenspiel eben nicht, weil viele verschiedene Menschen zusammenkommen, die viele verschiedene Ideen einbringen können. Als Meister kann ich sowieso nicht alle im Voraus mir nachdenken, dass man sich immer diese Freiheit belässt, doch mal etwas abzuändern oder mal anders zu gestalten oder etwas Neues auszuprobieren, weil man vorher gar nicht auf die Idee gekommen ist. Etwas Neues ausprobieren, ich finde das ein gutes Schlusswort, dementsprechend bleibt mir noch zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast oder diesen Kanal, je nachdem wo ihr uns hört. Ich kann euch nur empfehlen, in die anderen Folgen reinzuschauen, die Folge von Avena ist ja zum Beispiel schon hier genannt worden, die jetzt vor gut zwei Monaten erschienen sein müsste. Wir haben auch schon über viele andere Sachen gesprochen, auch ganz viel über Gruppenkonstellationen, zum Beispiel zum Thema Schurkencharaktere oder eben die Frage, spielt man nur diese klassischen Heldenrollen oder auch mal nicht so heldische Charaktere? Genau, und ansonsten bleiben wir zu sagen, tschüss und viel Spaß beim DSA-Spielen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.